Musik Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mein Currently Reading für den Monat Mai 2016 geben. Ich lese ja doch ein bisschen was, aber eigentlich schränke ich mich gerade mal meistens so auf ein, allerhöchstens zwei Bücher ein. Aber trotzdem habe ich halt einiges angefangen im Mai und das möchte ich euch jetzt zeigen. Das erste Buch, was ich als Hörbuch lese, beziehungsweise dann ja auch höre, ist Frostnacht von Jennifer Estep aus dem Ivi Alvi Verlag. Das ist der fünfte Teil dieser Reihe. Ich hatte mich ja irgendwann dazu entschieden, ich glaube nach Band 3 das Ganze dann als Hörbuch weiterzuhören, weil ich irgendwie mit den Büchern nicht so wirklich in näheren Kontakt gekommen bin. Und dann dachte ich mir, ich will die Reihe aber trotzdem gerne auslesen und somit sind jetzt die Hörbücher sozusagen dran. Gefällt mir bisher jetzt ganz gut. Ich finde einfach die Hörbuchsprecherin nicht ganz so stark, da kenne ich bessere. Aber trotz alledem bin ich in der Geschichte drin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber es packt mich immer noch nicht so. Also die Mythos Academy hat mich nicht so am Herzen gegriffen, dass ich mich jetzt mit Haut und Seele da hineinfallen lassen kann. Das ist irgendwie schade, weil ich mir damals, als ich den ersten Band gelesen habe, viel mehr erhofft habe. Der zweite war dann sehr vielversprechend. Ja und so seit dem dritten ist das mehr so eine Bekanntschaft als eine Freundschaft zwischen mir und diesen Büchern. Das ist schade. Trotzdem möchte ich natürlich wissen, wie das Ganze ausgeht, wie das große Finale sein wird. Und deswegen werden sie jetzt auch bitter bis zum bitteren Ende ausgehört. Und ja, ich bin gespannt, was mir dieses Buch noch bieten wird, was der Plot sein wird, weil ich glaube, dieser Plot ist hier wieder sehr offensichtlich. Das hatte ich ja bei den Mythos Academy Büchern die ganze Zeit schon, dass ich immer diesen Plot so offensichtlich fand. Und der so, ja so Standard ist, dass ich das irgendwie so ein bisschen langweilig finde. Das tut mir wahnsinnig leid, weil ich weiß, dass viele daraus diese Reihe einfach vergöttern. Ich kann mich einfach nicht anschließen. Das frustriert mich etwas, weil ich es gerne wollte. Vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch, weil viele sie so vergöttern. Und ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall höre ich halt gerade Band 5. Ich kann euch gar nicht sagen, wo ich gerade bin. Ich habe, glaube ich, nur noch 4 Stunden. Also so gut über die Hälfte müsste ich theoretisch gesehen schon sein, weil das Hörbuch 5 Stunden hatte. 10 Stunden meine ich natürlich. Und ja, deswegen bin ich da irgendwo in den 200er, denke ich mal. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, weil ich das gerade nicht so verfolge und auch gerade bei Goodreads nicht so aktualisiere. Denn die Hochzeit raubt mir jegliche Zeit. Ich bin auch jetzt mit Videos drehen schon wieder im Stress, weil ich gleich zur Kleiderprobe muss. Und ja, so ist das. Das zweite Buch, was ich lese. Ich muss gerade mal gucken, welches das Richtige, die richtige Seite ist. Was ich immer noch nicht beendet habe und was mich wahnsinnig frustriert, weil ich gar nicht mehr so viel habe, sondern eigentlich so gut wie durch bin, ist nämlich Alice im Wunderland. Und ja, den ersten Teil lese ich gerade. Den zweiten müsste ich dann auch lesen. Ich zähle dann das Buch natürlich so, dass wenn ich den ersten ausgelesen habe, das Buch noch nicht beendet habe, sondern erst das zweite lesen muss. Hier bin ich jetzt immer noch und es war das Book Circle Buch für den April. Es ist ein bisschen traurig, dass ich Mitte Mai immer noch nicht ganz fertig bin. Bei 95, ich komme einfach gerade nicht so viel zum Lesen und lese dann auch derzeit irgendwie andere Bücher, weil ich finde, dass Alice im Wunderland halt dadurch, dass es ein Klassiker ist und relativ alt ist, sich nicht so schnell und flüssig lesen lässt wie andere Bücher. Und deswegen greife ich dazu gerade nicht so doll, wobei ich es richtig gut finde. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hapert es gerade mit mir und dem Book Circle. Das liegt einfach an der Gesamtsituation hier mit Arbeiten und Hochzeit und hat man nicht gesehen. Aber es wird hoffentlich besser, sobald das ganze Chaos hier beseitigt ist und diese ganzen Ereignisse vorbei sind. Und dann hoffe ich wieder frisch und munter mit dem Book Circle mit durchstarten zu können. Das nächste Buch, was ich lese, lese ich eigentlich mit der lieben Franzi. Ich glaube, Franzi ist schon wesentlich extrem viel weiter als ich. Ich bin gerade mal auf Seite 25 bei Für Immer die Seele von, ich glaube, wie heißt sie? Cynthia J. Omolulu, irgendwie so. Finde ich gerade, das erste Kapitel hat mir nicht so gut gefallen. Ich lese mal noch ein bisschen weiter. Wenn es mich dann nicht begeistert, werde ich es wahrscheinlich abbrechen, weil ich dann da irgendwie keinen Nerv zu habe. Ich weiß nicht, irgendwie konnte mich das erste Kapitel nicht so begeistern. Ich kann da meine Konzentration aber gerade auch nicht so reinstecken. Und ich glaube, die Thematik ist gerade einfach nicht die richtige für mich. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich es erstmal nochmal zur Seite lege und nicht weiterlese und mich da weiter quäle, sondern mich auf andere Bücher konzentriere, die, wo die Thematik mich jetzt gerade wirklich fesseln kann und wo ich Bock drauf habe. Also, das tut mir zwar leid, weil ich das eigentlich super gerne mit Franzi diesen Monat beides lesen wollte, also Teil 1 und Teil 2, aber es ist dann wahrscheinlich einfach nicht drin. Dann möchte ich heute noch anfangen, deswegen zeige ich es euch auch, weil ich denke, das ist ganz sehenswert. Es ist nämlich der sechste Band der Wait For You-Reihe Forever With You von J. Lynn. Ja, Band Nummer 6. Dann habe ich die Reihe erstmal sozusagen abgeschlossen bis zum aktuellen Stand. Der September erscheint ja dann jetzt irgendwann bald, ich weiß gar nicht, im Juli oder August oder so. Also auf jeden Fall jetzt irgendwie die nächsten Monate. Darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Aber erstmal ist natürlich Band Nummer 6 dran und ich bin gespannt, wie dieser sein wird. Ich habe gar keine Vorstellung, um wen es geht. Ich könnte ja mal lesen. Ah, um die geht das. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt an andere gedacht. Aber okay, ich habe noch gar keine Erwartungen an dieses Buch. Ich werde es aber jetzt heute dann anfangen, weil ich das mit der lieben Clary Morgenstern zusammen lese. Wir setzen uns da keine festen Seiten, sondern lesen halt immer so viel, wie wir dann halt gerade Lust und Zeit haben. Ich werde, denke ich mal, heute versuchen, ein bisschen weiter zu kommen, weil ich am Wochenende arbeiten muss. Also ihr seht das Video, glaube ich, entweder seht ihr das Freitag, also heute aktuell, oder ihr seht das morgen, also Samstag. Dann muss ich nämlich arbeiten und dann werde ich nicht so viel Zeit haben. Ja, und deswegen werde ich dann einfach mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Und ja, ich bin gespannt. Oh, das ist sogar mit SMS. Cool. Und das war sogar mal hinterlegt. Das war sonst nie so. Sonst waren die SMS immer in Anführungszeichen. Cool, da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt und lasse mich einfach mal überraschen und berichte euch, sobald ich es gelesen habe. Und zu guter Letzt mein aktuelles Buch, was ich gestern, vorgestern, gestern habe ich es angefangen, nachdem ich die Magie der Namen, von dem wird die Rezension nächste Woche kommen, gelesen habe. Sozusagen nachdem ich das beendet habe, habe ich mit dem hier angefangen, nämlich The Perfectionists, Gutes Mädchen, Böses Mädchen. Das ist der zweite und finale Band, glaube ich. Also noch mehr erscheint dazu gar nicht. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich habe auch schon gesehen, dass eine neue Reihe von Sarah Shepard erscheinen wird. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Hat auch einen englischen Titel. Ich weiß es nicht. Vielleicht blende ich euch das Cover mal hier ein. Dann könnt ihr euch das angucken. Darauf freue ich mich auch schon. Das hört sich auch sehr vielversprechend an. Das ist halt so typisch Sarah Shepard. Irgendjemand stirbt und dann passieren so viele Dinge drumherum. Aber mir gefällt das. Ich bin auch hier in diesen zweiten Band sehr gut wieder reingekommen. Ich habe ganz zügig die ersten 50 Seiten gelesen und freue mich darauf zu erfahren, wirklich wie es mit McKenzie, wie heißen die alle, Julie Parker, Ava und Caitlin weitergeht. Ich denke mal, hier wird keine Serie jetzt so rauskommen. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist dieses Buch echt vielversprechend. Für alle Fans von Sarah Shepard kann ich das nur wärmstens empfehlen. Es lohnt sich total. Und ja, das war mein letztes Buch. Ich kann es euch noch einmal im Überblick zeigen. Ach, gar nicht. Ich habe noch eins vergessen. Ich schwindel ja. Aber ich lese nämlich noch ein E-Book. Oh Gott, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar lese ich Even Closer von Pia, Sarah und ich weiß die zweite Autorin leider nicht. Auf jeden Fall habe ich das angefangen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 10 Prozent. Ich lese das immer mal so zwischendurch. Gefällt mir echt gut bis dato. Geht halt um Tanzen, um die Stage Academy in Hamburg. Und ich erwarte mir da echt viel. Ich glaube, das ist auch für alle Musical-Liebhaber und für alle Tanz-Fanatiker da draußen etwas. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich bin total gespannt, wie der erste Band ausgehen wird. Und ob ich dann sofort den zweiten Band hinterher kloppen muss. Und die sind ja eigentlich relativ kurz. Ich glaube, die haben noch 120 Seiten. Das lässt sich echt schnell lesen. Und ja, das ist das letzte Buch, was ich derzeit aktuell lese. Und jetzt zeige ich es euch wirklich noch mal im Überblick. Das sind meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher sozusagen. Also 5 Bücher und ein E-Book. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr derzeit lest oder was ihr von den Büchern haltet, die ich gerade lese. Ich freue mich auf eure Nachrichten und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye, meine Lieben!